so hallöchen ihr lieben da ich mir jetzt das wochenende frei nehmen dachte ich es wäre doch vielleicht ganz cool ich gebe euch noch ein noch ein kleines video fürs wochenende mit und vielleicht am besten mal was anderes als draft und da bietet sich doch das fnm at home event popper ich habe ein paar popper decks vorbereitet die werde ich auch gleich als stream decker link stream decker link hier unten rein posten dann könnt ihr dieses fnm home event auch zocken und vielleicht den anderen ein oder anderen card style gewinnen und bei eurem local game store nach einem code fragen so wir starten das event mal ich suche mir jetzt ein deck aus und werde das immer mal wieder wechseln also ich habe vorbereitet simic ramp die mir control und mono red kind fiend wir starten mal mit dem mono red deck ich zeige euch das mal eben kurz das mono red deck basiert hat einfach darauf viele spells zu casten und dann mit killen fiend sehr sehr krass zu gewinnen killen fiend ist eine karte die sagt wenn ever your cast an instant ressources bei killen fiend gets plus d plus zero und deshalb spielen wir einfach so was wie alles was ein mana kostet irgendwie trampel gibt und ja oder first strike und einfach ganz ganz viel damage output über thermo alchemist und killen fiend und guito laba rana spielen nur 18 länder weil alles nur ein und zwei mana kostet und eigentlich auch alles cycled also card draw hat dementsprechend würde ich euch mal hier dieses mono rote killen fiend deck als erstes zeigen starten gleich mit runde 1 so hallöchen da sind wir wieder startfrei zur runde 1 mit mono red killen fiend naja wir haben leider keinen killen fiend aber ich denke dass man das trotzdem halten muss wir haben thermo alchemist ich kippe das mal außerdem fangen wir an was nie schlecht ist vielleicht kann man hier turn 2 mal in rymrock knight rausspielen und ok schwarz grün na ich spiele in rymrock knight wir müssen ja jetzt nur 21 damage machen und übrigens wenn euch das gefällt was ich hier mache würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr einen daumen hoch in dem video lasst oder vielleicht auch sogar auf youtube hier ein abo vornimmt das kostet euch nichts und supportet mich als oder auf meiner reise hin zum content creator ich würde mich darüber sehr freuen ja wisst ihr was ich glaube solange wir die damages machen können spiele ich einfach weiter rymrock knights aus nächste runde schieben wir dann thermo alchemist oder je nachdem räumen vielleicht den weg frei fertilit ja wir schießen einfach fertilit ab denke ich oder wir machen was doch ich glaube wir müssen fertilit abschießen ich würde gerne land ziehen vielleicht crash schule ich eine runde leider kein land na gut ist nicht so schlimm wenn wir jetzt nächste runde nächste runde je nachdem was er legt ist es vielleicht sogar gut ein thermo alchemist oder ok voracious apparello ja ich glaube dann droppe ich meinen thermo alchemist so richtig angreifen kann er ja nicht weil wir sind einfach für viel zu viel damit zurückhauen wenn wir gleich noch einen zweiten thermo alchemisten droppen und dann diese ganzen spells haben hier dann gibt es auch ganz ganz schnell das maschinengewehr gewitter oder wie auch immer es heißt das ganze lifegain regt mich ein bisschen auf also er wäre theoretisch schon auf elf wenn er nicht zweimal lifegain gehabt hätte aber gut okay das ist jetzt mal das sei jetzt mal dahingestellt ja pauper an sich auch mal wieder ein sehr erfrischendes format ich meine jetzt im moment ist standard und standard und historik ja auch in einem guten spot würde ich sagen einfach weil die bannings passiert sind aber naja also ich es brauche halt auch schon mal cool irgendwie zu sehen und einfach was anderes so ich werde jetzt hier nicht gas geben er hat zwei gute blocker hingelegt aber wir haben jetzt hier thermo alchemist und nächste runde können wir ordentlich alter schon drei lifegain er hat schon ganzes skewer the critics ausgeländert hier sozusagen genau was ich aber eigentlich sagen wollte ich finde es ganz cool auch mal wieder pauper zu spielen so ein bisschen frischer wind wäre jetzt gar nicht nötig gewesen eben weil standard sich sich als sehr sehr breit herausgestellt hat nach den bannings zumindest bisher man jeder kann alles spielen aber es ist trotzdem cool als fnl mit home event auch mal wieder pauper zu spielen da sieht man auch mal decks die man sonst nicht sieht was man so im im standard der jetzt viel gesehen hat sind einfach alte decks die mal gut waren aber halt einfach von team reclamation geschlagen wurden und jetzt sieht man in der zwischenzeit wieder einfach so alte decks team und clover sieht man adventures sieht man und so weiter und so fort da ist ein lande das ist gar nicht so bad da ist ein lande das denn hier ich mache so was tage kütze ganz dabei ist der kattel end of turn und ich mache so was ich glaube das ist schon das ist schon relativ ließ oder spielen skewer die beiden an tappen ich lasse die beiden wieder tappen ich greife mit dem beiden rimrock knights an schmeißen raking claw auf den ungeblockten enttappen und so leicht kann man mit dem mit dem deck mono red killen fiend auch ohne killen fiend gewinnen okay ich zeige euch gleich das zweite deck das ich vorbereitet habe so das zweite deck das ich vorbereitet habe ist eher so mein favorite mono ach quatsch die mir control ganz viel removal spells bake into a pie ob nixless cruelty mythic vapors innocent blood grasp of darkness moment of craving ganz viele counter spells essence getter negate syncopate und nur ein paar win conditions ill gotten inheritance als win condition und aber auch ein hexproof threat naja ist halt kostet sieben mana aber hat hexproof also kann einfach wenn man den weg frei räumt durch die ganzen remover spells auch ganz ganz gut gewinnen wie gesagt den link bekommt ihr unten einfach in den in den notes zum zum deck oder zu b in zum video und ja ich werde jetzt mal hier die mir control aus testen als zweites match bis gleich so da sind wir zurück gegen john dem mit die mir control numero 2 wir haben das können wir zeigen wir haben zwei win conditions ja das ist glaube ich ein keep ist nicht der beste keep des jahrhunderts würde ich sagen aber ist okay okay entschuldigt vielmals aber gegen mono rot könnte moment of craving tatsächlich ganz gut sein ich spiele mal die mir gilt geht nächste runde werde ich ein islando spielen und mal gucken was man da so geht oder war an den können wir wahrscheinlich mal ich fand ich hier gefeierbar okay er geht schon mal richtig ab hier nämlich zwei der mensch na gut syncopate als counter spell ist nicht verkehrt also sollte jetzt ein ganz ganz eine ganz ganz schlimme karte legen können wir die syncopate ansonsten können wir moment of craving spielen ich denke das ist auch das was wir hier jetzt machen werden online ich habe mich im infuriate rum gespielt ich hatte gerade kurzzeitig richtig richtig bammel weil ich nicht am infuriate rum gespielt habe yikes ok rimrock night vielleicht hätte ich sogar darum rum spielen müssen na gut man kann den rimrock night ja jetzt immer noch oh holy macka roh oh nein mufillic vapors ist super gut hahaha scheiße hm mufillic vapors ist super gut aber wir haben keine untapped black sauce okay na gut was wir jetzt vermutlich machen werden ist den grim initiate vermutlich moment of craving Dann ist nächste Runde nämlich alles weg. Oh, das ist ja perfekt. Er targetet ja sogar die Lieblingskreatur von mir mit dem Rimlock Knight, sodass der Rimlock Knight auch stirbt. Oh, lecker. Das hätte besser nicht laufen können. Ich habe alles richtig gemacht, das Tab-Blend hier zu spielen. Nein, er hat noch Infuriate. Ah, er könnte Hardfire haben. Ah ja, okay. Na gut, kriege ich relativ viel Damage, aber er hat auch nur noch eine Handkarte und jetzt ist alles weg. Das geht mir in Live, das ist nochmal ein Counterspell. Ich glaube, das behalte ich beides tatsächlich. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt einen schlimmen Thread legt, ist auch nicht geil. Okay, er legt aber keinen schlimmen Thread. Das heißt, ich kann jetzt die Inheritance legen. Und erstmal ein Live-Gain. Und ab nächster Runde Gain war dann richtig viel Live. Ich hätte Syncopate niemals halten dürfen. Auf der anderen Seite, warum nicht, ne? Also, wenn er bis jetzt keinen schlimmen Thread gelegt hat und wir Doppel-Inheritance haben und wenn er jetzt nichts Schlimmes legt, gewinnen wir das Spiel, glaube ich. Spare-Gorger ist tatsächlich schlimm. Und er konnte, wir konnten es nicht syncopaten. Spare-Gorger ist tatsächlich schlimm. Also, ab jetzt können wir alles counteren. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können auch irgendwann mal die Ill-Gotten Inheritance einfach knacken für 4 Damage. Oder 4 Live. Aber ich brauche noch ein Removal für den Spare-Gorger. Sonst ist Essig. Das wird noch spannend, ey. Vielleicht hätte ich die 2... Oh, das ist auch nicht verkehrt. Der blockt den Spare-Gorger erstmal all day, every day. Ja, ich werde nicht angreifen. Ich werde einfach jetzt... Ich werde das Ganze jetzt aussitzen. Bis hier E-Gorger in Heritance erspiegelt. Das ist irgendwie ein bisschen ein dreckiger Sieg. Also, es fühlt sich ein bisschen dreckig an. Aber irgendwie fühlt es sich auch gut an. Also, ich weiß nicht. Kontrolle hat auch irgendwas Gutes an sich. Ich mag das tatsächlich. Ja, ich glaube, er kann fast zusammenschieben hier. Also, der Demir-Controller sieht auch relativ lecker aus. Wenn er jetzt attackt, muss er Embercleave haben. Das ist bei Pauper zwar schwierig, aber vielleicht hat das... Irgendwie ein bisschen getrickst. Okay. Attack hier. Ja, ich werde mal blocken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas hat, was Death-Touch gibt. Und zur Not haben wir ja immer noch Syncopate. Oder auch Obnixilis Cruelty. Als Backup-Plan. So, okay. My Turn, sagt er. Wisst ihr was? Ich glaube, ich spiele jetzt einfach mal die Cruelty auf den Swagorger Weird. Und gehe jetzt auch mal hier einfach hauen mit dem Swagorger. Okay, gehe ich nicht. Dann gehe ich halt nicht hauen. Ja, 2-0. Demir-Controller im Pauper scheint sich auch gut auszuzahlen. Ich komme gleich zurück mit dem dritten Deck. So, hier haben wir unser drittes Deck. Simic Ramp. Da sind so Favorites drin wie Grow Spiral. Grow Spiral ist in Pauper tatsächlich nicht gebannt. Wir haben also ein bisschen Ramp in Form von Explorer, Grow Spiral, Elvish Rejuvenator, Lanova Visionary. Und ein paar Bieter. Also, Voracious Typhoon, der immer wieder kommt. Den Spike Megalodon haben wir schon gesehen. Greater Sandworm kann auch mal cykeln. Wenn man ihn nicht casten kann, ist er ansonsten 7-7. Ein bisschen Card Draw. Und der Spore Mount, der gibt uns auch ganz, ganz viele 1-1 Zaproling-Token. Dazu spielen wir tatsächlich für Pauper sehr untypisch. 28 Länder. Normalerweise spielt man in Pauper wenig Länder, um die, sag ich mal, die etwas geringere Card-Quality auszugleichen. Aber hier mit Grow Spiral ist man halt quasi schon dazu geforst. Und ja, wir spielen jetzt tatsächlich nochmal eine Runde Simic Ramp. Und auf geht's. Start frei zur Runde 3. So, wir spielen gegen Poderoso Rodolfo. Namen mag ich schon mal sehr gerne. Mal gucken, was dann Simic Ramp so zu bieten hat. Wir haben einen Explorer, wir haben einen Lanova Visionary. Wir fangen an. Ich denke, das ist eine gute, ausgewogene Hand. Wir haben auch blaues Mana, Thornwood Faults. Wir können in Turn 2 explore into Terramorphic Expans. Da ist second, in Turn 3 Lanova Visionary. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mal schauen, was dann im Endeffekt so rauskommt. Und auch gegen was wir spielen. Also im Pauper. Das ist auch, wie gesagt, sehr schön am Pauper. Wir sehen sehr viele verschiedene Decks. Jetzt exploren wir erstmal eine Runde. Noch ein Land. Ich spiele mal das und suche, glaube ich, ein Island. Wir haben ja, Doppelgrün haben wir ja schon lange. Ja, wir suchen ein Island und dann ist doch alles gut. Nächste Runde habe ich Lanova Visionary. Danach habe ich Spore Mount into Land. Oh, das ist grünweit Auren. Das kann ein Problem werden, Leute. Das kann ein Problem werden. Das will ich nie ausschließen. Dass das ein Problem wird. Wir knacken nochmal in Terramorphic Expans. Ich hätte gerne eine Islando. Visionary. Gucken, was wir ziehen. Na gut. 28 Länder. Man kann natürlich auch sowas passieren. 28 Länder kann natürlich auch einfach mal die Flooddung 3000 bedeuten. Gucken, was er hier macht. Das sieht alles rather uncool aus. Wir müssen jetzt erst den so spielen. Dann Land droppen für maximalen Value. Can't be blocked by creatures with power 3 or greater. Das heißt, Spore Mount kann ihn gar nicht blocken. Aber theoretisch kann man... Naja. Verlieren wir jetzt einfach gegen Beloved Princess, weil keiner im Removal spielt im Pauper? Oh, ei, ei, ei. Das ist ja auch ärgerlich. Oh nein! 6 von Flying Lifeling, can't be blocked. Äh, ja, ich habe keinen Removal im Deck. Oh mein Gott. Neu. Ich habe keinen Removal im Deck, ne? Ich kann auch nicht gegen racen. 35 zu 7. Ich bin nächste Runde tot. Ja, ich würde sagen, dann spielen wir Spite Megalodon noch aus und geben Podoroso Rodolfo die Möglichkeit hier, den Sieg nach Hause zu fahren. Immerhin, immerhin muss man sagen, wir haben ihn auf 31 runtergekriegt. Äh, das sieht aber nicht nach einem favorable Matchup aus. Tatsächlich. Oh mein Gott. Na, er überlegt kurz. Hm. Er ist auf 7. Ich habe 9 Power. Kann ich dagegen angreifen? Naja, ich gebe dir jetzt einfach die Möglichkeit, die Genugtuung um den Sieg zu holen. Komm, hol's dir. Podoroso. Na, ich glaube... Achso, okay. Ich hatte gedacht, da kommen jetzt noch ein paar... Da kommen jetzt noch ein paar mehr. Ne, okay. Na gut. Er haut uns hier um. Aha. So. Da ist nochmal... Den Combat Trick, den wollte er uns noch zeigen. Na gut. Ja, ich meine, wir haben unsere ersten beiden Siege mit Demir Control und Mono Rot geholt. Das heißt, mehr müssen wir gar nicht tun. Diesen Screenshot können wir jetzt an unsere... an einen Local Game Store schicken und einen Code bekommen. Also, wir haben heute getestet. Mono Rot Kind Fiend, Demir Control für Pauper und Simic Ramp. Simic Ramp hat jetzt nicht überzeugt. Aber gut, das lag ja auch ein bisschen daran, dass wir halt keine Interaction spielen. Und gerade gegen dieses grün-weiße Auchen-Deck sind natürlich insbesondere Interaction-Swats erfordert. Ich glaube, wenn wir mit Demir Control dagegen gespielt hätten, hätten wir ein bisschen bessere Chancen gehabt. Ja, insgesamt hat das Event, glaube ich, ganz viel Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, lasst mir ein Like und ein Subscribe da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß beim Pauper. Wenn ihr die Decklisten haben wollt, schaut einfach hier unten in der Videobeschreibung nach. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, euer Solaris.